11. Dezember, elftes Türchen. Ich mache heute mal wieder spät, weil ich auf die Jahre gereist bin. Und dann treffe ich gleich noch ein paar Freunde und da muss ich halt hier schnell hin und her machen. Fahrt abholen, schnell essen, duschen, machen hier und da. Deshalb das Türchen für heute. Nehmt euch 5 Minuten, entspannt euch, setzt euch in den Sessel. Lasst einfach mal die Seele bauen, nur für 5 Minuten. Es ist ja Freitag, also solltet ihr auch den Freitag so gestalten. Eine kleine Zeit, die ruhig ist. Einen Moment. Einen Moment Ruhe. Einfach Musikstück anhören. Bild angucken. Einfach mal einen Moment. Ja, ihr versteht schon. Ja, ihr hört sich. Vielen Dank.